Also ich gehöre genau zu der Generation, die Tim Thaler eben in Form von Tommy Orner oder heute ja Thomas Orner begleitet hat und ich glaube, dass mir das als Kind oder junges Wesen damals schon genauso ging wie den Kindern heute, dass diese These, würdest du dein Lachen an den Teufel verkaufen? Ich glaube, sowas berührt Kinder sehr. Ich glaube, dass das in Kindern so einen Widerstand hervorruft oder einen Diskurs, einen inneren Diskurs hervorruft und so ging mir das damals genauso, abgesehen davon, dass wir natürlich alle totale Tommy Orner-Fans waren. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt bei der Arbeit, dass das irgendwas in mir weckt, so eine Sehnsucht nach dieser kindlichen, kindlichen Freiheit oder nach dieser Renitenz, die man als Kind auch so wagt. Ja, also es ist sowas gewesen, das fand ich sehr, sehr spannend, das zu beobachten, dass ich nicht nur dort vor Ort meinen Job gemacht habe, sondern dass ich auch am liebsten noch länger geblieben wäre. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, jetzt im Kino. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, jetzt im Kino. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, jetzt im Kino. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, jetzt im Kino. Mit ihren Fours were ein Spr donít tickets, years frostbaker oder man soジャittário schon 그러나 das so ein hectěre homes patent bei der Lachen, jetzt macht es alles so klar. Vielen Dank.